Das ist eine schöne Stadt, in der ich vor zwei Jahren ein Praktikum gemacht habe. Da habe ich hier in dieser wunderschönen Bibliothek drei Wochen lang mitgearbeitet und eine ganz aufregende und schöne Zeit gehabt, wo ich auch viel Neues lernen konnte mit meinem Beruf. Wo fahren wir jetzt weiterhin? Wir fahren jetzt Richtung Pirna und dann langfristig nach Dresden, durch das schöne Elbtal, Texas-Schweiz und da freue ich mich drauf. Alles klar, los geht's!